Wenn wir die Zahl der Scheiben noch ein bisschen hoch nehmen, also hier so fünf Millionen draus machen, dann dauert das Erzeugen noch länger. Klar, wird sogar sehr viel länger dauern, weil die Zahl der Lücken hier drin immer kleiner wird. Wir können natürlich, weil unsere Oberfläche ja bedienbar ist, können wir die auch ein bisschen vergrößern, so lange, ein bisschen hier in die Richtung, können auch warten. Ja, jetzt ist was passiert. Das dauert mir ein bisschen zu lang. Also die Rechenzeit kann ich nicht verkürzen, aber was ich machen kann, ist, ich kann unterwegs Bescheid sagen und immer wenn ich so eine Scheibe hier male, erzeuge, dann male ich die gleich. Das ist doch schon mal eine Idee. Dazu füge ich einen neuen Händler hier ein. Wir kennen das Spiel schon. Public Action One Disk Edit Handler. So. Okay. Den rufen wir jedes Mal auf, wenn wir eine Scheibe dazu machen. Dann gucken wir wieder nach, ob den überhaupt jemand abonniert hat. Wenn ja, dann rufen wir alle auf, die ihn abonniert haben und wenn es bloß einer ist, ist es auch recht. So. So. Jetzt brauchen wir den bloß noch zu abonnieren. Im View. Wo machen wir das denn? Am besten hier vom Scan. Kennen. Also Model Punkt. Und das Edit Handler füllen wir das dazu. Den gibt es wieder nicht. Den erzeugen wir dann halt wieder. So. Okay. Das ist nicht schlecht. Und jedes Mal, wenn wir so ein Callback kriegen, dann tun wir zwischendurch schon. Müssen wir wieder den gleichen Trick machen wie hier. Fällt mir gerade auf. Also kopieren wir das schnell rauf. So. Okay. So. Jetzt haben wir den einmal ausgeführt. Und jetzt machen wir das selbe Spiel wie hier unten wieder. Holen uns die Scheiben vom Model. Wenn wir im Windows-Thread sind. Wir ändern jetzt nichts am Callback-Händler, denn der soll jedes Mal durchlaufen. Stattdessen setzen wir gleich ein Invalidate. Wo sind wir denn das dafür zurück, dass wir das Bild neu malen. So. Und hier unten schmeißen wir unseren Callback wieder raus, wenn wir ganz fertig sind. Das ist unser Abo sozusagen. Minus gleich. Welche haben wir da oben gehabt? Disk Added Callback. Jo. Okay. Probieren wir mal, was jetzt passiert. Wo wir da ein bisschen mehr sehen. Okay. Da scheint es doch eine Exception gegeben zu haben. Da denken wir jetzt mal drüber nach. Es flimmert und es gibt Exceptions. Am Anfang hat es noch ganz gut getan. Denken wir mal kurz nach. Die Fehlermeldung sieht ein bisschen komisch aus. Hier steht aber, was uns vielleicht helfen könnte. Die Auflistung wurde geändert. Ich gebe hier Discs zurück. Versuche die zu malen. Gleichzeitig erzeugt mir mein Model noch neue Discs. Also greife ich von zwei verschiedenen Stellen auf die Liste zu. Das geht schon mal gar nicht. Dazu müsste ich jetzt eigentlich diese Stelle hier frisieren und sagen, okay, so gefällt mir das nicht. Ich muss eine Kopie machen. Ich muss eine Kopie machen. Von der Liste mit der Kopie arbeiten und das Original so lange sichern. Das mache ich am besten, indem ich außenrum ein Log mache. Also der verhindert, dass ich auf die Liste gleichzeitig schreibend und lesend zugreife. Also den packen wir da oben irgendwo rein. Dann nehmen wir da noch Primate, dass wir auch immer wissen, was los ist. Das reicht, wenn wir irgendein Objekt machen. So. Das haben wir jetzt erzeugt. Dann gucken wir, dass wir hier beim Get eine temporäre Liste machen. List. 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 Temporäre. Tempdiscs. Da haben wir die. Die habe ich noch nicht zugewiesen. Das mache ich erst im Log. So. In diesem Log weise ich zu, beziehungsweise kopiere. New. List. Und da übergeben wir jetzt als Parameter die Liste. Also wir machen hier in dem Moment eine Kopie, die durch das Log geschützt ist, wenn wir, jetzt müssen wir natürlich auch die Tempdiscs zurückgeben hier, die durch das Log geschützt ist, wenn wir das Reinschreiben auch schützen. Und das Reinschreiben machen wir an, an einer einzigen Stelle. So. Mal schnell gucken. Hier unten. Da schreiben wir das rein und das schützen wir genauso. So. Jetzt gucken wir mal, ob es das war. Das tut doch schon mal ganz gut. Also wir können beobachten, wie die einzelnen Punkte gezeichnet werden. Und das macht das Warten ein bisschen leichter. Wenn wir dann irgendwann mal fertig sind mit dem Punkte zeichnen, dann geht auch das Erzeuge wieder auf dunkel. Und jetzt hat es zu gucken schon ein bisschen mehr Spaß gemacht, aber was den Spaß noch getrübt hat, ist, dass das Bild so fürchterlich flackert. Aber das machen wir im nächsten Tutorial.